Diese Geschichte könnte eine große Lüge sein, aber ich hoffe es nicht. Dieser Busfahrer hatte ein Ziel und das war, seinen Bus zum Fliegen zu bringen. Er arbeitet an seinem Bus 15 Jahre lang und das war das Resultat. 100%ig nicht-fotogeschopptes Bild, wie sein Bus fliegen tut. Aber es kommt noch krasser. Von diesem Mann hat Fortnite wahrscheinlich die Idee für den fliegenden Bus geklaut.